jo leute ich bin es wieder euer DJ Dream und ich heiße euch hierher kommen in Destiny 2 heute geht es wieder verloren im Sektor rein in der ETZ dazu es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten dahin zu kommen wo wir hin wollen wir wollen nämlich eigentlich hier in den Pfadfinder Crash reingehen ihr könnt hier natürlich von die Schlucht aus starten allerdings finde ich das ein bisschen eigentlich umwegtechnisch und würde sagen geht zur gewundenen Bucht hier einfach mal entlang fahren da zack rum das kann man sich alles so richtig gut und einfacher merken ja fahrt nicht so weit hier in das Ding rein sonst sonst hier raus und scherbt und dann müsst ihr da wieder die Stasen und das ist ja so hier gibt es eine Kamale füllt uns hier hin und dort klatschen und hingehen in der Sonne ganz einfach, ich steh mir einfach in der Sonne, ich kann raus, ja nichts sehr gutes so wir sind einmal hier zu dem Punkt gefahren jetzt hier so rüber ist eigentlich nicht zu verkennen ihr könnt hier auch einfach mal durchfahren und dass die Kabale die rumlatschen die spauen hier immer lasst die einfach stehen nein, ihr müsst sie nicht unbedingt durchführen das ist nicht äh, wichtig oder, müsst ihr nicht machen so und da sind wir auch schon angekommen hier oben ja hier unten geht's rein, entschuldigt oben, unten, ja und ja auch wieder nicht allzu große Gegneranzahl die Hauptgegner sind Kabale und da hilft es auch fröhlich schon rum ja nicht so ich möchte euch hier ein bisschen Vorteil machen ähm noch 2 oder wieder weg ähm ja die Schreckigkeit und schnell man die durchzieht auch wieder so 2-3 Minuten auch wieder so 2-3 Minuten wie bei den anderen was wir sehen haben hier das Amtkül ehm kann man ja auch noch mehr ein bisschen länger ich muss ja auf eine gewisse Zeit das sind ganz zu groß und märzlichen Händen, ich glaube. Daher, ich bin doch schon weg. Oh ja. Ja, ich weiß nicht. Ja, feines beißes. Ganz feines beißes. Ganz feine Tiere sind das. Die hätte ich gerne als Hofzieher. So ein weißes Fluchgebiet. Da oben ist wieder der große Fluch. Einfach zack. Da oben. Nein. Nein. Oh. Ah. Schön, sie sind auf das Wuffy gegangen. Ja. Die Wuffis spawnen zweimal. Also das heißt... Na gut, ihr wisst was das heißt. Sind sie erstmal tot, spawnen sie noch ein paar Sekündchen wieder. Und dann kommen die kleinen Wuffis. So. Alles tot. Alles fein. Alles schön. Und zack. Und vielleicht kriegt ihr was Gutes raus. Vielleicht auch nicht. Ähm. Meine persönliche Empfehlung. Wenn ihr hier schon unten reinkommt. Habt ein Scout Gewehr oder ein Sniper vielleicht dabei. Schießt hier gleich auf die Kanister. Da könnt ihr euch schon mal einen Großteil an Gegnern hier oben rum hüpfen. Auf jeden Fall mal äh äh entledigen. Ne. Und ähm. Schlagt auch so ein bisschen den Big Boss hier. Der hier spawnt. Äh. Also an. Dass der dann gleich so ein bisschen ne. Das ist einfacher. Viel einfacher. Den dann anschließend umzulegen. Ne. Ja. Waffentechnisch wie gesagt. Also ich kann euch das nur nahe legen. Ihr könnt natürlich auch hier den Big Boss trocken. Wen hat. Macht auch Bock mit dem zu arbeiten. Ne. Das Torben schießt noch raus. Geht schnell. Na. Das ist halt hier irgendwie ein extra Schoße. Ähm. Ja. Mehr kann man eigentlich nicht so sagen. Wie gesagt. Zwei. 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 Da kommt ihr auf jeden Fall deutlich schneller durch. Na gut, dann, ich hoffe im Diamant es hat Spaß gemacht. Wenn dieม so ist. Und ihr informiert seid. Dann lasst mir doch mal ein Like. Oder ein Depot da. Und ansonsten wünsche ich euch allen noch sehr viel Spaß, jeden desgleichen bei dem Detrieb. Und ja. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn's der heißt Verlorene Sektor. Bis dann Leute. Ciao.